Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern ist in der Talkshow Markus Lanz maximal eskaliert und hat sich ziemlich in Rage geredet, nachdem er einigen Vorwürfen bezüglich eines Ex-Tweets sich konfrontiert sah von Markus Lanz. Wir gucken uns die Situation genau an und wie berichtet die Presse darüber? Wurde vielleicht etwas weggelassen, eine Kleinigkeit, aber die sehr entscheidend ist. Moinsam, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt unbedingt ein Abo dalassen. Und wir sehen erstmal das Posting. Das Posting wurde gemacht am 22. November. Zitat, Deutschland muss sich auf seine eigene Zukunftsfähigkeit konzentrieren. Der Geldkoffer für ideologische Träumereien ist leer. Und irgendwann erlarmt die Arbeitsmoral der Gutwilligen, wenn sie merken, dass sie für und von Taugenichtsen ausgenutzt werden. Eine klare, klipp und klare, harte Ansage, die hier gemacht wurde und absolut nachvollziehbar. Wir gehen das mal Satz für Satz durch. Deutschland muss sich auf seine eigene Zukunftsfähigkeit konzentrieren. Ja, natürlich. Das tun wir nicht. Das tun wir nachweislich seit mehreren Jahren nicht mehr. Wir konzentrieren uns darauf, das Geld in der Welt zu verteilen und anderen unsere Ideologie und unseren Glauben und unsere Vorstellung von gemeinsamen Leben aufzuzwingen. Dass das nicht funktioniert, sehen wir tagtäglich. Das sehen wir tagtäglich besonders aktuell bei zahlreichen Demonstrationen im Land. Wir sehen, dass wir eine höhere Kriminalität haben als in Jahren zuvor. Wir sehen, dass viele Projekte komplett kläglich gescheitert sind. Nächster Satz. Der Geldkoffer für ideologische Träumereien ist leer. Und das ist auch sehr, sehr gut ausgedrückt. Ich sage es ja immer, es wird das Checkbook gezückt und dann auf der Welt rumgefahren. Mache diese Geste hier zum Rauswerfen der Scheine. Denn anders ist es ja einfach nicht. Aber diese ideologischen Träumereien hat er wirklich perfekt benannt damit. Dieser Geldkoffer eben dafür ist leer. Wir haben nicht mehr das Geld zur Verfügung, wie es über die letzten Jahre gemacht wurde. Und das muss man sich eingestehen. Aber jetzt geht es noch weiter. Und irgendwann erlarmt die Arbeitsmoral der Gutwilligen. Und das ist ja genau das, was ich sage. Dass so viele zahlreiche Netto-Steuerzahler, die diesen Laden hier, man geht ja von rund 14, 15 Millionen in Deutschland, die den ganzen Laden am Laufen halten, irgendwann einfach keine Lust mehr haben, den Griffel fallen lassen oder vielleicht sogar das Land verlassen werden. Und wenn es zu dieser Situation kommt, werden wir massive Probleme noch schlimmer, als wir sie jetzt schon haben, bekommen werden. Und jetzt kommt die Sache, an der sich der Herr Lanz sehr aufgehangen hat, wenn sie merken, dass sie für und von Taugenichtsen ausgenutzt werden. Und der Herr Lanz ist da sehr, sehr negativ aufgefallen, dass der Herr Aiwanger das Wort Taugenichtse benutzt hat und hat ihm dann erstmal die Definition dessen, ich habe es auch im Duden nochmal rausgesucht und nachgeguckt, rausgesucht, das wäre ein nichtsnutziger Mensch. Und der Herr Aiwanger fühlt sich da so ein bisschen überfahren, dass er dann in diese Richtung das Ganze geht. Und interessant ist dann halt auch, wie das Ganze hier dargestellt wird in der Bild. Und dann heißt es hier von Markus Lanz, ein nichtsnutziger Mensch ist das. Aber so will der Herr Aiwanger das Ganze nicht verstanden haben und sagt, Zitat, ein Taugenichts ist doch im Sprachwörner ganz genau jemand, der auf Kosten anderer lebt, der sich selber nicht einbringt, der sich unsozial verhält, das ist ein Taugenichts. Kurioserweise fehlt hier eine ganz entscheidende Aussage von dem Herrn Aiwanger in diesem Zitat. Denn hier unten heißt es weiter, Aiwanger nennt als Beispiel Bürgergeldempfänger, die arbeitsfähig sind, aber eine zu beobachtbare Arbeit ablehnen. Komischerweise wurde aber nicht darauf eingegangen, dass er dann auch sagt, dass kranke Menschen, die das Bürgergeld empfangen, er nicht dazu zählt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wie man so schön sagt, dass das hier leider, wenn ich hier nach dem Begriff Krank suche, nicht aufgeführt wird. Eine absolute Unverschämtheit von, wieder mal, nicht der Lügenpresse, sondern der Lückenpresse, wo wichtige Informationen einfach mal enthalten werden, um einen Politiker in einer gewissen Art und Weise darzustellen. Ganz, ganz interessant, wie ich persönlich finde. Eure Wahrnehmung könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Und das Ganze ging dann aber noch weiter um die Situation. Aber wir müssen erst mal über die Situation des Bürgergeldempfängers sprechen. Und ich sehe das genauso differenziert wie der Herr Aiwanger. Man muss hier wirklich unterscheiden. Wer Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in das System des deutschen Staates, das in dieses Bürgergeld oder von mir aus auch in die Rentenkasse und sonst was eingezahlt hat, der hat es verdient, aus der ordentlich bedient zu werden. Noch mehr, als es jetzt schon ist. Definitiv. Denn, dass es oftmals für verschiedene Leute nicht ausreichend ist, das ist mittlerweile bekannt. Das ist aber genauso. Auf der anderen Seite sehr, sehr viele gibt, die dieses System komplett schamlos ausnutzen und eine wirkliche Belastung dafür sind, obwohl oder weil sie noch nie in dieses System eingezahlt haben. Wir wissen ja mittlerweile, und es kursieren ja verschiedenste Summen, dass der Etat, also der Haushaltsetat für das Arbeitsministerium bei ca. 166 Milliarden Euro liegt, dass davon ca. 50 Milliarden Euro knapp genutzt werden für das Bürgergeld, aber dass das eben nicht ausreicht. Und es kursieren verschiedenste Summen, um die es erhöht werden sollte. Vor drei Wochen waren es 2,1 Milliarden, dann hieß es eine Woche später 3,2 Milliarden, dann habe ich was von 4,9 Milliarden gelesen, jetzt aktuell habe ich von 5,1 Milliarden Euro gelesen. Und glaubt mir, auch das wird nicht ausreichen. Das wird alles nicht ausreichen, und man wird auch diese Summen massiv erhöhen müssen, damit man genügend Geld für die Bürgergeldempfänger zur Verfügung hat. Und das kann einfach nicht sein. Aber das Ganze ging, wie gerade eben gekündigt, angekündigt ja auch noch weiter. Dann verstärkt der Bayern-Minister seine Taugenichts-Attacke auf das Ampelpersonal. Zitat, Und ein Taugenichts ist auch, der in der Regierung sitzt, keinen Schulabschluss hat, den Leuten Käse erzählt und selber noch nie gearbeitet hat und am Ende Dinge an die Wand fährt. Auch das ist ein Taugenichts. Und da hat der Mann natürlich vollkommen recht. Markus Lanz will natürlich wissen, dass Namen genannt werden. Und der Aiwanger sagt aber ganz gut, naja, brauche ich keine Namen nennen. Vielleicht fallen Ihnen selber einige ein. Aber das reicht dem Herrn Lanz nicht. Und er sagt hier weiterhin, weil ich dann angezeigt werde, vielleicht von jemandem, wenn er jetzt klar Namen nennt, es gibt auch regierende Taugenichtse. Und ich glaube, ja. Ich denke, es gibt zahlreiche, die wirklich Taugenichtse sind, die wir in unserer Politik allgemein, speziell auch in unseren verschiedenen Regierungen, sei es auf Landes- und Bundesebene, sitzen haben, die absolut unfähig sind, sei es gewollt oder ungewollt, das wage ich nicht zu beurteilen, aber die einfach in ihrer aktuellen Situation massiv überlastet sind und überfordert sind. Denn wenn sie sich mit ihrem Bereich auskennen würden, wären wir nicht in der Situation, in der wir aktuell sind, dass wir die letzten drei AKWs abgeschaltet haben, dass wir die höchsten Steuern und Abgaben neben Belgien haben, die es gibt weltweit, dass wir eine Wirtschaft haben, die komplett am Boden liegt, dass wir so viele Firmen, die das Land verlassen, wie seit 15 Jahren nicht mehr, dass wir so viele Fachkräfte haben, die das Land verlassen und hier einfach nicht mehr können und nicht mehr wollen und nicht mehr weitermachen werden, darüber brauchen wir doch nicht mehr diskutieren. Das sollte doch mittlerweile wirklich der Letzte auch realisiert und verstanden haben. Aber wenn man sich teilweise die Umfragewerte, zum Beispiel, nehmen wir mal die Grünen angucken, dann sehen wir, dass es eben viele noch nicht realisiert haben, in welcher Realität wir hier angekommen sind. Dass die Grünen immer noch bei 14% angekommen oder weiterhin sind, das ist wirklich ganz, ganz erschreckend, wie ich persönlich finde. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt, hat Herr Aiwanger recht. Sind das Taugenichts in unserer Regierung? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten und ciao.